heute werden wir minecraft rise of night spielen wir gehen zum dorf laut den discords sollten neue sachen verstanden sein die neue villager sind nicht dazu gekommen interessant interessant hier soll irgendwo eine baustelle aha was habe ich hier soll irgendwas genau weiß ich es nicht ich weiß es nicht mehr selber obwohl ich weiß mein bleibt oh mein gott oh also in meinem discordserver meinten für zuluki der hier hin dass man hier mit dem den traden soll und nochmals wesentlich konzentrieren baustellen das kommt weiß selber nicht sein kommt alles so ist für mich auch spannend ich sollte mal anfangen vielleicht ein bisschen kann ich glaube wir haben auf jeden fall ein bisschen kabel stone und das ist dafür glaubt es könnte man ein bisschen fürs traden nutzen dann ein bisschen mit zwei schalke boxen und damit erst mal die schreiber befüllt ich kann meine kommentare schreiben wie dieses ganze findet ob ich mehr konzentrieren soll also motiviert mich gerne vielleicht ein paar mehr videos über die kürzungen bin ich auch sehr unterstützung an diesen was halt wie nicht jeder auf die blut so was geil ist da ich hier ab die offensie hier ok ich einfach sachen platzieren habe ich eigentlich den vorteil gegenüber anderen spieler weil ich einfach sagen place kann kaputt machen kann was man halt natürlich nicht darf aber das kurze schalter place die glaube ich okay wir haben noch 16 stein übrig also sind eins der auf screen habe ich übelst viele goldmünze gefahren die wir auch in zukunft brauchen werden für base und noch ganz wichtig ist ich habe auf screen auch öfter mal die eise fragen gelehrt noch haben wir seit 96 eisenglöcke hier haben noch ganz viel ähnliche brühe da ich mir wahrscheinlich so einen kleinen best of video gesehen habe und ein paar clips habe ich 20 der so weit in jetzt kaum und in werbung einer sache ihr könnt euch diese kosmetik mit denen ich spiele auch downloaden link ist in der video beschreibung boah gönnt euch dass diese animation ist also könnt euch die richtigen ersten kosmetik mit animation sind wie die beschreibung downloaden ab geht es geht es den ziel den würde ich mal abhaken weil die haben ja eigentlich wer den lückelsort ingets haben laut flüchten lukis nachricht im disco soll diese baustelle hier für eine rüstung sein und ich tendiere auf die oder so etwas und damit wie die mutter uns und hier leute man kann sich das schon erahnen wir waren im end und wie ich hier alles erfahrt habe und größtenteils auch gekauft schneider hier einfach jetzt mal also für alle die es nicht wissen ne flizidugi hat sich heute sogar noch extra die mühe gemacht und alles vorbereitet diese riesengruppe da ne in richten dass man in dem dorf schalkers platzieren kann wo es überhaupt team lila die die stunde schelte alle runter so was ich aktivieren kann das ist so ein tschüss geiles nebel noch einfach mehr spiel als bei uns drei zwei eins klatschen müssen alle klatschen ich falle darunter kommen ich fühle mich hier wie zu hause alt deshalb gibt mir so ein bisschen vibes von kraft text und keine ahnung was was ist jetzt los sechs leute bayern auf einen drachen an den kopf wenn niemand ist gestorben also was ist das server kann die ganzen sachen hier nicht berechnen die gar nicht so weit oben was soll das ein gott den letzten hit getroffen oh mein gott klepp klepp geil bin ich so dumm wie die alle hier ich gehe einfach ein eigenes hey das hat so bock gemacht schreibt mir in kommentare muss euch gefallen ganz ehrlich unten ist mein grab gespawnt und ich habe ich mein ganzes dach wieder hey wie geil leute es ist so weit da 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 dada da 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 perfekt war ich was ich bin einmal gestorben jetzt habe ich leider 16 oder aber naja das ist ja leider halb ein bisschen auto was machen wir jetzt ok lull ist eine woche ich habe ich weiß er hat einfach weg ok und oliver hat krank viel gemacht während ich weg war jetzt schaut euch das an alt hat es sieht so krass aus einfach den thron saal er hat hier unten mit flitzung geht sogar noch einen liter in bord doch wir müssen jetzt noch mal kurz raus weil ich möchte noch was zeigen während hier alles gebaut wurde uns das dritte stockwerk ist auch schon geworden wenn es die eisenraum gehen sehen wir hier echt viel eisen und poppies und alles möglich also das ist ein traum